Leute, Furchtland, Late Night Show, rettet die Welt. Guckt's euch an, der Sturm-Dief-Herbert hat hier in Jösnitz Schäden angerischt. Wir kommen nicht weiter mit unserem Auto, wir wollen drehen. Land, dreh den Dreh. Ja, nächste Woche auf Sendung Gett ist das Stände mir hier. Unverrichteter Dinge, aber unsere zwei Kameramänner, die fangen nicht an. Ja, die helfen, der Feuerwehr, die helfen, das war der Regisseur, ist überfließen. Und hier sind unsere zwei, die drei schwarzen, der Penter und die zwei Kameramänner. Los, und der Maxi, die backen mit, oh Gott, eischt das, oh, eis Traum, wie das jetzt nicht mehr so ist. Und die Session, guck mal, die Session, die schönen Session, die kann ich für meinen Ofen gebrauen, für den Winter. Eis Traum, also. Ein Mann für jede Turnart, Holger, sagt man. Ein Mann für jede Turnart. Ja, ich guck, eis Traum, ich glaube, es ist klar. Es ist frei. So, wir müssen drehen, wir haben keine Zeit. Wir müssen aufs Feld. Und Leute, was es dort an der See gibt, nächste Woche seid ihr schlauer.